Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ich wollte jetzt noch einmal kurz mit League quatschen. Ich komme aus dem Minenteil, also ich kann hier auch nichts Neues sagen. Aber dann gehen wir jetzt mal in Richtung Süden zu diesem Banditenlager und gucken, dass wir für Torloff, die suchen, denen die dort sein sollen, wahrscheinlich spawnen die ja jetzt, mal außer Gepächt setzen, mal kaputt machen. Ich speichere vielleicht nochmal. So. Das muss dann hier sein. Meinen die jetzt da oben den Banditenlager oder irgendwo da hinten unten? Ich weiß es nicht. Ich würde das jetzt auf jeden Fall mal gucken wollen, kontrollieren wollen, vielleicht wirklich hier. Erdenstatt, hier war noch Butlerfleisch. Und ich habe die nicht gesehen gehabt. Vielleicht auch bei den, äh, Trollen, die hier unten waren. Warte mal. Okay, die hatten wir schon. Hätte ja sein können, dass wir die vergessen hatten oder nicht aufkriegen konnten. Sind hier die Suchenden wieder da oder die Trolle? Ne, die scheinen nicht wieder da zu sein. Schade eigentlich. Versuchen sie sich hier jetzt auch nicht. Dann sind sie wahrscheinlich... ...eins weiter, da wo auch die Treppe ist. Oder oben. Hier auf jeden Fall nicht. Warte mal, hat er nicht... ...laufe ich sogar noch falsch. Hat er nicht vielleicht sogar noch eine neue Quest? Krumm. Ne, der hat nichts Neues. So, die Drachen-Snapper, die da hinten sind, lassen wir in Frieden. Da kommen wir noch nicht gegen an. Wir sind zu schwach gerüstet und geben noch nicht genug Schaden. So, dann gehen wir mal hier eine Treppe weiter. Eine Treppe, also auch hier ein Eingang weiter. Sie gehen wir mal von aus, dass die dann wahrscheinlich dort sind. Oder oben bei Dexters alten Lager. Kann hier auch sein. Wurde mir ja nur gesagt, es soll im Süden sein. Deswegen kann es nur entweder hier oder bei Dexter oben sein. Gehe ich auf jeden Fall von aus. Okay, hier definitiv nicht. Dann gehen wir hoch zu Dexters alten Lager. Wo Dexter nicht mehr existiert, kann dann nur noch da sein. Also, ist sonst nicht wo sonst im Süden. Ich wünsche, ich könnte ein bisschen schneller laufen, ohne Tränke irgendwie zu vergeuden. Aber egal. Ja, nee, das ist halt so. Dann laufen wir halt so langsam. Und ihr bekommt ja eh alles immer uncut von mir. Also, selbst die langweiligen Stellen dürft ihr mitverfolgen. Damit ihr auch möglichst sehen könnt, dass ich hier nirgendwo irgendwie cheate oder sonst was. Dass ich immer schön alles drinnen. Damit ihr auch seht, ich spiele ehrlich. So, die sollen ja hier irgendwo sein. Also oben. Ich hoffe, die beiden lassen mich jetzt in Ruhe. Ich speichere noch mal hier. Ich speichere noch momentan nur auf der 1, glaube ich. Kann das sein. So gibt es hier nicht noch irgendwie was. Alter, die Krähe. Warum ist sie so laut? Äh, alte Steintafel. Hier war noch eine alte Steintafel. Dass ich die nicht gesehen habe. Und warum sind... Ist hier doch vielleicht falsch? Oder sind die irgendwie da? Ist das wirklich im Süden gewesen? Oder hier entlang? Ich finde es interessant, was ich hier alles entdecken. Wo kommen wir jetzt hin? Quellknöterig. Das ist sehr interessant hier. Also... Wie viele Leute haben das schon entdeckt gehabt hier? Da ist ja auf jeden Fall noch eine Tür gewesen. Da gehen wir gleich rein. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch irgendwie was finde. Hier speichern wir auf die 2. Weil wir jetzt sehr lange nicht mehr auf die 2 oder sonst was gespeichert hatten. Oh. Ähm. Hallo. Jetzt... Ich bin weg. Hör auf anzuvisieren. Weg. So, ähm. Hab ich noch was zu fordern? Ähm. Wir hatten auf der 2 gespeichert. Ich hab jetzt nicht erwartet, dass der mir jetzt kaputt hauen kommt. Zu weit entfernt. Ähm. So. Jetzt aber schnell hier entlang. Achso. Das sind jetzt nur die Zombies. Komm. Okay. Jetzt... Jetzt kommen die Skelette. Jetzt hör auf anzuvisieren und... Hau ab. Nein. Nein. Irgendwie muss ich... Nein. Jetzt hab ich das falsch geladen. Ich hab doch auf die 2 gespeichert. Und... So, hier. So. Okay. Das heißt, jetzt wollen wir hier rein. Und... Ach nee, komm. Ich glaub, das wird nix. Zumindest... Zumindest... Nicht so schnell. So. Jetzt aber einmal die Flucht ergreifen. Bis die uns verlieren. Alter, die Zombies. Geht's noch höher? So, den... Den mach ich jetzt fertig. Äh. Ja, jetzt hör auf anzu... Alter, hör auf anzuvisieren und... Hau einfach ab. Dass man hier nicht einfach... Aus dem Dingens hier rausgehen kann. Wo geht der hin? Ähm. Okay. Hatte das einen Grund? Ne, ich wollte da hoch. Ich wollte da hoch. Klappt nicht. Hier klappt's. Dann vielleicht hier? Äh. Okay. Dann halt nicht. So, dann will ich jetzt nochmal... ...wat fordern. Für die Gesundheit. Das ist alles nur Mana-Bonus. So, Sumpfkraut. So. So, Sumpfkraut. Das müsste hoffentlich reichen. Jetzt habe ich auf die Einzige speichert. Verdammt. Ich bin zu schnell, was das angeht. So, da war aber auch noch ein zweites Skelett. Ich habe auch keine Ahnung, warum der eine da jetzt ganz komisch gelaufen ist. Geil. Okay. Okay. Dann gönnen wir uns den. Und den. Speichern noch einmal wieder auf 1. Und weil wir einfach viel zu schnell sind. Äh. Und Toten hat was. Hey. So. Der hat nichts. Und der hat auch nichts. Hier ist noch eine Tür. Ach, ne. Die nächsten. Wie viele Untote gibt es denn hier? Gleich drei Stück. Keine Ahnung. Warum der mir jetzt hinterherläuft? Ich gehe noch mal ein paar Meter weg. Nicht, dass der nächste gleich kommt. Dann würde ich mal einen der Zauber nutzen wollen. Von den Heilzaubern. Weil wir hier ja. Ich würde den hier nehmen wollen. Jo. Dann speichere ich das noch einmal. Weil wir wieder auf die 1 gehen. Ähm. Und warum ich nur Bock misst. So. Nice. Der hat aber. Kein Schwert oder so. Wo ist denn der dritte? Wo ist der? Komm schon. Wo ist denn der dritte? Der kommt gleich von hinten wahrscheinlich hier. Oder ist er wieder hier? Wir sind ja da lang gegangen. Äh. Was? Was war das? Irgendjemand? Eiszauber? Okay. Aber gut. Hier kommt ja jetzt gleich der nächste. Oder? Kommt er? Nein. Wir hatten ja gespeichert. Stimmt. Oder gibt's da unten noch jemanden? Oder etwas? Nun. Okay. Also das ist nur... Ah. Okay. Dann speichere ich das noch mal. auch die zwei. Dann würde ich da nochmal versuchen, den einen rauszulocken. Also nur den einen rauslocken. Nein! Okay, das haben wir geschafft. So, dann nochmal einen Zauber verwenden. Ich würde dann den hier vielleicht nutzen wollen. Weil es nur leichte Wunden waren. Und jetzt mal auf die drei speichern. Dann gehen wir nochmal rein. Und sehen zu, dass wir den den Magier von denen mal kaputt kriegen. Äh, oh! Das ist noch der Skelett-Magier. So, wir hatten auf der drei gespeichert. Okay. Müssen wir also rauslocken? Alle? Oder einzeln wieder mal? Anders kriegen wir das hier nicht hin. Guck, guck! Was passiert, wenn wir hier durchgehen? Okay, das war gut geraten auf jeden Fall von mir. So, das auf die vier. Komm. Auf die vier. Geht klar. Kriegen wir hin. So. Nein! Wie hat der mich jetzt erwischt? Wie hat der mich jetzt erwischt? So, das hatten wir ja. Nein, ist zu! Hier ist auch noch zu. Mach auf! Okay, das ist nur der Magier. Ne, doch nicht. Die Zombies kommen auch da. Also, einer. So, nochmal speichern. Okay, fünf. Machen wir fünf. So, kommt er raus? Ich glaube, er kommt nicht raus. Okay, den könnten wir schaffen. Können wir den vielleicht mit der Armbrust treffen? Oh, nein! Beschwörte jetzt was? Wie lange sind wir jetzt so? Ach, das zieht auch Leben ab, wenn wir gefroren sind. Ich kann aber nichts machen gerade. Ah. Okay, es hatte nur kurz gedauert. Ach, nö. Hallo? Ach, komm. Ist doch... Ist doch... Ist doch nicht deren Ernst. Wer will das denn sein? Nein, ja. Ach nee, komm. Hallo? Ich will mich um die hier ein andermal, würde ich sagen. Ich glaube, da kümmere ich mich wirklich mal ein andermal drum. Äh, ist vielleicht doch ein bisschen zu schwer. Äh... Ich hoffe, die sind jetzt nicht unter mir her. Ich wollte eigentlich die suchen, mich um die suchen und kümmere dich hier irgendwo sein sollen. Die schwarzen Magier, der gehört ja jetzt... Also, die gehören jetzt nicht zu den schwarzen Magiern. Äh... Doch. Wo kommt der denn her? Der ja. Auf die Weise geht's doch auch. Und wir haben deutlich weniger Leben verloren. So, aktualisiert hier. Bitte sag mir, dass da jetzt kein Blut noch drin ist. Die können nicht pennen. Weil wir hier, dings, besessen sind. Aber war das jetzt nur der eine? Sind hier doch noch mehr? Weil hier vielleicht noch einmal auf die 6. Okay, lecker. Zwei Strafel. Nice. War... War... War ja klar, dass hier sowas rumliegt. Die... Dass ich wieder mal übersehen hab. Hey, du. Äh... Eine Sache noch. Eine Sache noch. Ich bin dir dankbar, dass du mir geholfen hast. Das macht uns aber noch lange nicht zu Freunden. Klar? Ja, okay. Ich hätte jetzt kurz gedacht gehabt, er wäre ein Suchender, der hier einfach chillt. Aber war das jetzt nur dieser eine Suchende? Hier oben? Nur der? Reicht das, um Torloff... Äh... Alter, die Kriere so laut. Reicht das, um Torloff zu sagen, diesen, äh, diesen Geschichte? Ich hoffe doch. Ich gehe jetzt erstmal zu Torloff. So. Beziehungsweise, warte mal, wir haben jetzt elf Lernpunkte. Aber wir haben auch irgendwas, glaube ich, was Stärke angeht, auch noch gerüstet. Kann das sein? Stärkebonus. Wenn wir den ausziehen, haben wir 81 Stärke. Wenn wir den anziehen, 91. Können wir sparen, wenn wir damit, ähm... Hier, Dings. Äh... Die schwarzen Männer in den Bergen sind von uns gegangen. Du konntest es mit ihnen aufnehmen? Guter Mann. Die Kerle waren mir nicht geheuer. Hätten bestimmt noch eine Menge Ärger gemacht. Jo, äh, ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ich weiß gar nicht, warum... Nee, kostet immer noch so viel. Ähm, ja, eins... Zwo... Und drei. Also... Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Hm, okay. Dann ziehen wir das wieder an. Dann haben wir wieder... Dann haben wir 94. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch... Warte mal, haben wir vielleicht etwas... Nee, wir haben nichts, was 94 braucht, hä? Hat aber Dings da drinne. Hat irgendjemand eine Waffe, das 94... Äh, so 90 Stärke braucht, benötigt. Das aber auch stärker ist. Hier, Khalid. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. So... Benötigte Stärke, 170... 150... 135... 105... 100... Gibt auch 100 Schaden. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Schaden, 90... Benötigte Stärke, 95, verdammt. Und dann hier die gleichste Streit-Axt. Ja, ist aber... Komm, aber ich kann die hier verkaufen. Guck mal, wir haben schon 10k. Kompositbogen. So, haben wir sonst noch was, was wir nicht brauchen? Hier, Pech. Zange. Gletscherquartz, Bergkristalle. Knochen. Was sind das? Aquamarinen. Krallen. Brauchen wir nicht. So, was ist das jetzt eigentlich mit Olofs Lederbeutel? Wer ist denn Olaf nochmal? Ja gut, also ich würde sagen, hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. No, ich bin's. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020